Herzlich Willkommen bei Wurstwiegand in Wabanhale. Wir sind ein landwirtschaftliches Familienunternehmen in der fünften Generation. Unsere Spezialität ist die Ahle Wurst, die wir in verschiedenen Formen und Größen anbieten. Da gibt es zum Beispiel die runde, die stracke, die dünne und die dicke, sowie die geräucherte oder luftgetrocknete Ahle Wurst. Hier auf dem Land arbeiten wir nach unserer altbewährten und traditionellen Familienrezeptur und mit einem hohen Maß an Qualität, welche uns immer wieder durch verschiedene Auszeichnungen bestätigt wird. Auf unserem Wurstboden reifen außerdem Spezialitäten wie der Fettdarm und andere großkalibrige Würste. Diese benötigen zur Entwicklung ihres vollen Geschmacks einen besonders langen Reifeprozess, der bis zu einem Jahr dauern kann. Zahlreiche Lebensmittelmärkte profitieren von unserem Kulturgut der Ahlenwurst. Gerne begrüßen wir Sie an unserem Heimatstandort in Wabanhale oder auch in Wabanfalkenberg. Jeden zweiten Sonntag im Oktober finden Sie uns außerdem auf dem Spezialitätenfestival in Melsungen oder auch einmal jährlich auf dem Wecke- und Wurstmarkt in Nordhessischen Borken. Wir freuen uns auf Sie. Wurstwiegand. Wolle sind cheer governor545. Wir freuen uns auf Sie. W prede Hello. Und bei allen Anton Sinhalenst Estábmiberg habe eine gute, Ich weiß nicht, wie wir hier kennen, Ho Horn kommen wir weiter. Wir sehen uns auf Sie. Wir sehen uns auf dieenn vendors auf sie,